die neuen teile sind aus der fabrik angeliefert worden in der nächsten session sind sie am auto und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge formel 1 2018 hier auf nosagames ihr seht ich bin mittlerweile im baku angekommen und es tut mir auch leid dass das video so viel verspätet kommt ich wollte es eigentlich schon letztes wochenende rausbringen aber irgendwie hat zeitlich nie wirklich gepasst dann hatte ich dann noch das problem gehabt dass ich beim zahnarzt gewesen bin was auch dann dazu geführt hat dass ich irgendwie die ganze zeit lang nicht gescheit reden konnte wegen betäubung und so weiter und nachher dicker backe und so weiter ja fakt ist auf jeden fall jetzt geht es wieder und das ist auch der grund warum ich das ganze jetzt wieder nach synchronisiere beim nächsten mal stelle ich mir das mikro wieder neben dran da ja viele gesagt haben dass es doch ein bisschen schöner ist wenn ich einfach neben dem nebenher während dem rennen einfach ein bisschen was erzähle und ja dementsprechend machen wir das heute noch ein einziges mal bedingt durch die dicke backe von letzter woche auf die andere variante und ja ich würde sagen wir gehen einfach in das renn wochenende rein machen wieder ganz normal unsere trainingsprogramme durch und dann gucken wir mal was es gibt wir alle wissen baku ist eine der strecken die ich nicht bleiben kann ich weiß auch nicht wieso gerade hier bei dieser ecke hatte ich immer so den eindruck es geht mal ein bisschen früher zu bremsen um dann beim nächsten mal festzustellen dass es viel zu spät war ich hatte hier sehr große probleme gehabt was man auch daran sieht dass ich die training sessions wie oft neu gestartet habt das werdet ihr nachher hinten raus sehen die ganzen fail dinger kommen ich habe irgendwie das ganze renn wochenende versuch während der training seine bremspunkte sauber zu finden wie möglich aber allein hier vorne in der ersten kurve bin ich auch zwei dreimal wüst gerade ausgeräubert und musste daraufhin dann mein trainingsprogramm einfach neu starten bzw nochmal machen und das war ja sehr bescheiden gerade beim ich muss mich gerade überlegen was war es beim strategiemanagement da war es am häufigsten passiert ich bin immer eine runde gefahren und dann der zweiten habe ich mich irgendwo brachial verbremst war hinter der zeit und ich habe es nicht mehr wirklich hinbekommen dann die anderen runden auch so sauber zu fahren ich glaube das habe ich drei oder vier mal machen müssen das ding das war also ziemlich heftig dann habe ich noch ein paar mal autowüst in die wand gesetzt komischerweise wenn dann mal was rumgelaufen ist so wie hier jetzt gerade dann war das halt wirklich eine recht gute runde wobei ich sagen muss man stellt hier auf der geraden fest dass der verschleiß teilweise und auch die rundenzeiten ziemlich unterschiedlich gewesen sind also gerade bei der qualifying pace habe ich den wolf abgebrochen um hinzubekommen dass ich diese diese eine runde wirklich sauber gezahlt durch hinkriege das war echt misstervidig ich bleibe einen ganzen kurs schneller um dann auf der starten zielgeraden am boden zu verlieren also es war schon recht heftig na gut wollen wir nicht weiter meckern hier sehen wir auch gerade noch mal durch vorhin das angesprochene strategie management in dem durchlauf hat es dann geklappt das weiter im dritten training genauso wie die qualifying pace die haben wir auch im dritten training gemacht weil alles andere da habe ich vorher die zeit komplett aufgeraucht für und auch die ganzen reiten das war wirklich übel entschuldigen muss ich kurz einen schluck kaffee trinken jetzt noch früh nach morgen heute ist bei mir sonntag und ungelogen ich bin zwei wochen hinter der aufnahme großartige leistung da draußen ich nehme an sie sind zufrieden sie haben heute viel zeit auf der strecke zugebracht gibt es einen grund dafür im training waren sie richtig schnell werden wir im qualifying ähnliche zeiten zu sehen bekommen ich fürchte leider nicht aber wir warten es mal ab ihr seht schon ich habe mir teilweise sehr viel zeit gelassen danke für den kommentar ja gern geschehen so ab in die qualifying pace ihr seht wir sind hier beim zweiten versuch ich habe mir gedacht ich fahre wieder kurz vor schluss raus leider dachten sich das auch viele andere aber ihr habt zumindest gerade schon mal gesehen für die einführungsrunde denn ricardo fährt nämlich direkt zurück in die box war es ganz praktisch dass ich direkt hinter ihm auf die strecke gekommen bin weil so kurz ein bisschen windschatten für die geraden geben mal gucken ob das viel hilft hier in der kurve habe ich zum beispiel auch sehr viele probleme gehabt meine beim bremspumpzauber zu erwischen und wenn ich ihn nicht erwischt habe war ich direkt draußen an der wand und habe mir die nase abgefahren also es war teilweise schon sehr mysteriös hier muss ich sagen konnte ich jetzt zumindest feststellen dass ich bei 50 meter fast bremsen konnte was meiner meinung nach beim 2017 erteil nicht funktioniert hat auch gerade die schikane habe ich gemerkt dass ich manchmal sehr viel zeit verliere na gut jetzt geht es hier hinten wieder rein in die altstadt als gleich wäre den hügel hoch und hier muss man ja möglicherweise ziemlich sauber fahren hier unten den körper hart attackieren hier oben um die ecke dann möglichst nah an die wand und ja ich sag mal ich lasse immer noch irgendwo so ein paar ecken deutlich noch viel zu viel zeit liegen aber ich mag diesen kurs einfach nicht und viel besser kriege ich es auch nicht also ich kriege nicht den ersten sektor den zweiten und den dritten am stück konstant hin es kann mal sein dass ich den ersten sektor konstant fahre dafür den dritten oder den zweiten komplett übelst daneben haue also von daher war das hier so ziemlich das äußerste was ich an leistung hinbekommen habe aber gucken wir doch einfach mal drauf wo jetzt am ende wenn wir auf start der ziel kommen die zeit endet ihr seht wir sind ein bisschen schneller zu unserem versuch vorher nur ist hamilton holt noch mal eine neue schnellste runde raus brauchen wir nicht darüber reden da werden wir nicht in die nähe kommen und die uhr bleibt stehen und wir sind vierter hätte ich in der form nicht erwartet gerade weil es bako ist und weil ich eigentlich erwartet hatte dass beide mercedes vor mir stehen und beide ferrari aber es sind nur beide ferrari und ein mercedes und waltteri botas ist tatsächlich hinter mir und mein teamkollege ist nur auf zehn warum ist ricardo nur auf zehn ich sag mal wenn ich das mit dem auto hinkriege und er ist jetzt hier fast eine sekunde langsamer das halte ich jetzt mal so ein bisschen für ein gerücht na gut wie dem auch sei wir gucken jetzt gerade noch schnell über die resource punkte drüber denn wir haben jetzt wieder ein paar mehr und ich bin aktuell so ein bisschen am überlegen dass wir das auto noch mal abgräben okay das nennt sich wohl erfolgreiches qualifying damit haben wir im rennen eine gute chance vielleicht heben wir auch noch mal auf ich muss es mir noch mal überlegen na komm wir gucken noch mal einfach durch das hatten wir das letzte mal gemacht wir könnten den heckflügel noch nehmen und aktuell preislich ist er so günstig ich würde sagen machen wir gut dann haben wir jetzt zumindest da wieder in jedem von den drei departments was drin die liabilities gehe ich aktuell noch nicht drauf weil aktuell muss ich echt sagen die resource punkte bringen unser auto so weit nach vorne dass es mir so lieb ist guten tag und willkommen in baku wenn sie sich an 2017 zurückerinnern fand hier eines der ereignisreichsten rennen der modernen formel 1 geschichte statt mit kontroversen und reichlich theater rund um das safety car überholmanöver in letzter sekunde und einem historischen podiumsplatz für williams und lance straw finden wir also heraus was uns dieses jahr bevorsteht es ist zeit den großen preis von aserbaidschan ein herzliches willkommen auch an stefan römer der sich heute die sprecherkabine mit mir teilt jetzt würde ich gerne mit dir über sebastian vettel reden der podiumsplatz beim letzten rennen war wirklich großartig denkst du sie können das an diesem wochenende wiederholen im motorsport gibt es natürlich keine garantien aber ich denke dass ihre letzte performance ihrem selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte also gut sehen wir uns die startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden qualifying an louis hamilton startet heute von der pole und kimmy raikönen macht die erste reihe komplett die restliche startaufstellung sieht wie folgt aus vettel und ein red bull sergio perez und bottas sainz junior hülkenberg magnussen und daniel ricardo leclerc okon roman grosjean und alonso straw hartley pierre gasly und marcus ericsson sirotkin und stoffel fandorn vervollständigt die startaufstellung jetzt wo die lichter jeden moment ausgehen wird es zeit zur strecke zu schalten großartige startposition für uns mal sehen ob wir uns im rennen weiter verbessern können ja und das werden wir natürlich auch gucken ihr seht die meisterschaftskonkurrenten von uns sind aktuell in den reihen vor uns hamilton und vettel ja müssen wir das beste draus machen ich versuche an denen dran zu bleiben ich weiß dass ich auf der gerade nicht den hauch einer chance gegen die mercedes und ferraris habe das ist mir zumindest im freien training schon erschwert aufgefallen ich versuche jetzt einfach so gut es geht p4 zu verteidigen vettel lässt aber die lücke auf und hamilton ging ein bisschen weit nach außen dementsprechend konnte ich da einfach durchstechen und bin damit jetzt erstmal hinter Kimi Reyköln aber ihr seht schon hier selbst wenn ich im Windschatten hänge zieht der mir langsam aber sicher auf dieser Graden weg es ist nicht viel was er wegzieht aber gerade auf der ganz langen Graden macht das einen enormen Unterschied aus also das heißt im Endeffekt für uns den Windschatten so gut wie es geht nutzen ihr seht in Runde 3 Windschatten gut wie es geht nutzen hat nichts gebracht denn wir sind zwar auf P2 aber Kimi ist auf und davon ich sehe ihn nicht mehr und hinter uns hängt der Sebastian der sich den Luis irgendwo noch gekascht hat und das macht die Sache natürlich für uns jetzt nicht wirklich einfacher er versucht es außenrum ich versuche innen zu verteidigen guck mal das geht so ganz gut ich werde aber sehr weit raus getragen jetzt ist er innen also das hat er schon gut gemacht ich versuche da noch ein bisschen Platz zu lassen wir gucken noch mal drauf also es war nicht mehr viel Luft dazwischen also ich meine zumindest er wäre hinter mir gewesen hier sieht man noch mal wie ich weit nach außen komme und dann hier bei Antwort der nächsten Kurve da steckt er schon ein Stückchen zurück aber ich sage mal ich denke er hat genug Luft gehabt es gab auch keinen Kontakt wir sind in Runde 4 die ersten Boxenstops kommen ich bremse sehr früh ich habe es nämlich im freien Training auch 2-3 mal versucht in diese Boxengasse richtig rein zu fahren ja dabei habe ich einmal das Auto komplett zerlegt zumindest die Nase vorne ich war viel zu schnell und irgendwie diese Boxen Einfahrt liegt mir nicht ich habe nicht den Hauch eines Anhaltspunkts auf jeden Fall wir kommen hier raus auf P8 neben uns ist Landstroll und hinter Landstroll sind jede Menge Autos ihr seht das hier das ist ein ganzer Zug und es war sehr wichtig dass ich hier einfach irgendwie alles versuche um so schnell wie es geht an Stroll vorbeizukommen um nicht in diesem Zug gefangen zu sein ja man sieht das jetzt hier in Runde 6 ich komme an Estobahn Ocon ran den ich jetzt hier versuche auf der Bremse zu kassieren das sieht noch ganz gut aus leichter Kontakt mit den Raedern aber es hat funktioniert und jetzt ist nur noch Charles Leclerc vor mir der auf überraschende Weise durchs Feld gespült worden ist der fährt aktuell auf Medium ne äh Supersoft Entschuldigung hat ja ich selber im Reifen drauf wie wir im Medium gab es ja hier gar nicht ähm jetzt seht wir sind aktuell im letzten Sektor recht schnell ich versuche jetzt Charles irgendwo zu überholen aber auch der hat den Vorteil des Ferrari Motors also es kostet sehr viel ähm ja sehr viel Zeit an denen vorbeizukommen und das Problem für mich an der Stelle ist wirklich gewesen es zieht sich diese Karten zieht sich so sehr Leclerc macht ihnen zu ich versuche es außen rum mit der besseren Aerodynamik sollte man das natürlich auch auf der Bremse schaffen hat in diesem Fall wunderbar funktioniert so und als ich an Charles vorbei gewesen bin sehen wir dann hier Daniel Riccardo der sich dann auch ein bisschen durchs Feld gewühlt hat äh Quatsch Quatsch das war ganz schnell das war das überholen wir einfach nochmal von außen so auf jeden Fall Esteban Ocon ist raus und ähm ja damit war dann ein weiterer Puffer nach hinten auf Valtteri Bottas erstmal weg und ihr seht schon wir sind in Runde 15 und das war es erstmal für uns nach vorne geht nicht mehr viel nach hinten nur noch Valtteri Bottas wir fahren das zweite Mal in die Box wir müssen ja hier die 2-Stop-Strategie leider machen ihr habt es vorhin gesehen ich habe auch nochmal geguckt die 3-Stop hätte hier nichts gebracht dafür ist halt ähm dieser Vorteil den du über die Startenzielgeraden hast was du da aufholen kannst einfach viel zu mächtig du verlierst viel zu viel Boden ich mache hier auch noch einen groben Schnitzer beim rausfahren und ja jetzt hoffen wir drauf dass es irgendwie reicht dass wir noch ähm im Bereich von P2 rauskommen das sieht aber gut aus Louis Hamilton mittlerweile auch an Valtteri vorbei er hat aber die härteren Reifen und jetzt heißt es halt wirklich ähm gut bis zum Ende durchfahren ihr seht wir sind in Runde 23 wir kommen auf Start an Ziel der Louis kommt nach und nach peu a peu ein Stück näher weil unsere Reifen so langsam oder sicher ja dem Ende nahe sind und er halt mit dem Soft nochmal die bessere Variante hatte und ihr seht wir sind 3,2 vorne es wird jetzt immer knapper ja dann sieht ihn schon hinter uns und ja über kurz oder lang wird er sich wohl nach und nach so ein bisschen ran rum jetzt Runde 24 das kann nochmal ein richtig enges RL bis zum Ende werden wir sind noch 1,4 vorne also lang dauert es nicht mehr und dann ist er im DRS Fenster ja und da hinten ist er schon ihr seht es und er ist im DRS Fenster drin und wir haben jetzt nur noch die letzte Runde vor uns wo wir uns halt wirklich so gut wie es geht dagegen wehren müssen dass der Louis hier rankommt aber Fakt ist ich nehme an mit dieser Geraden dürften wir sehr wenig Chancen haben das einzige was ich mir vorstellen kann ist dass wir hier vorne wenn wir frühzeitig den Windschatten irgendwie abnehmen dass er nicht so viel aufholen kann und ihn vielleicht hier je nachdem von wo er es probieren wird entweder ob er es außenrum probiert dass wir eben da dann halt quasi die Lücke so nach und nach so ein kleines bisschen enger fahren dass die KI vielleicht nochmal zurücksteckt so wie es es früher gemacht hat müssen wir mal ausprobieren Fakt ist auf jeden Fall hier ziehe ich schon mal direkt nach links rüber noch ist Louis nicht dicht genug dran aber er hat jetzt schon DRS und dementsprechend wird er näher rankommen und jetzt heißt es wirklich einfach die letzten paar Meter ich sag mal hier auf dem Stück wird er uns nicht überholen können jetzt haben wir uns auch noch die Nase angefahren das ist natürlich noch ein bisschen ungünstiger gerade für die letzte Kurve wird das halt nochmal richtig kritisch weil wir können dann mit einer kaputten Nase vermutlich die letzte Kurve beziehungsweise dieses leichte Geschlecht auf Start und Ziel nicht hundertprozentig mit Volllast fahren weil je nachdem auf welcher Nasenseite das ist kann das halt sein dass wir nach einer Seite so ein kleines Stückchen weiter rausgetragen werden und das wäre halt ziemlich fatal in diesem Moment müssen wir jetzt einfach mal drauf achten Louis ist immer noch hinter uns press mittlerweile dran ihr seht diesen kleinen mal diesen kleinen Pfeil der nach hinten zeigt ich persönlich glaube nicht dran dass das jetzt hier irgendwie gut ausgehen wird weil jetzt wo die Nase kaputt ist denke ich wird er uns schon recht früh auf Start und Ziel halt einkassieren und dann müssen wir halt jetzt wirklich mal drauf achten dass wir ihm so gut wie es geht die Tür zumachen ich versuche jetzt hier einfach mal kurz auf Vollgas zu bleiben Raycon gewinnt derweil das Rennen Glückwunsch hat er hundertprozentig verdient ihr seht aktuell kommt der Louis noch nicht näher ich habe den Motor auf Fett umgestellt so Louis geht nach links das heißt wir könnten jetzt versuchen um hier so ein bisschen Richtung Boxenbauer zu drücken daneben war er hat uns ist uns gegen das Rad gefahren jetzt die Frage wer von uns beiden hat gewonnen tatsächlich der Sieg noch an uns also es war nicht viel man hat die Nase von ihm schon gesehen na gut gucken wir gleich aufs Ergebnis das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefangen also Stefan wie hat er es denn angestellt sich heute so vom Feld zu lösen ich glaube die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst der Wind die Temperatur der Strecke einfach alles die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben wenn die Reifen die richtige Temperatur haben je leichter man also diese Temperatur halten kann desto besser verläuft das Rennen für einen und genau so ist es gelaufen sein Auto hat sich da draußen einfach wohl gefühlt Willkommen bei der Siegerehrung der besten 3 des heutigen Tages was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen ja und das war es aus Baku ihr seht wir haben zumindest ein paar Plätze auf ein paar Punkte wieder auf Hamilton und Vettel gut gemacht Vettel sogar nur 5 Daniel ist nur 12 geworden sehr schade für unseren Teamkollegen obwohl Sergio Perez noch nur 5 Sekunden Straft bekommen hat hat das für ihn leider nicht gereicht naja gut müssen wir halt wirklich mal so ein bisschen den nächsten Rennen die nächsten Rennen abwarten Teamwertung beziehungsweise Fahrermeister ich habe wir haben 20 Punkte vorsprungen wir sind wieder auf P2 obwohl wir waren die ganze Zeit auf P2 na ist egal ja das war es von mir und ich lasse jetzt einfach den Abspann für euch noch so ein bisschen durchlaufen Interview und so weiter und sag dann tschüss bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Formel 1 2018 machts gut Denken sie sie hatten Glück ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Klasse das war dann alles ist Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir, wärmstens bessere Konditionen auszuhandeln. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Versuchen wir es nochmal. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Wir sollten es erneut versuchen. Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann. Das Team geht. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Also, das Programm ist zwar beendet, aber es war uns keine große Hilfe. Ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Motor orientieren uns dem Boxenstopfenster und müssen mit super weichen Reifen weiterfahren. Motor aus! Motor aus! Motor aus! Vielen Dank.